ChilliTV Hoi miteinander Willkommen auf ChilliTV Ja, jetzt habe ich es endlich mal geschafft all die vielen Konzertvideos von der Lukas Bahr zusammenzuschneiden Und jetzt habe ich auf dem YouTube-Kanal von ChilliTV eine neue Rubrik gemacht Ja, wie wird sie wohl heissen? Lukas Bahr Und dort drin hat es einen großen Konzert Zusammenschnitt Und ich glaube es ist sehr interessant für jeden, der in die Lukas Bahr verkehrt dort einmal reinzuschauen Und ja, viel Vergnügen Und sind wieder mit dabei auf ChilliTV ChilliTV